Wir wollten hier heute unbedingt gewinnen, trotzdem bin ich nach dem Schlusspfiff nicht unglücklich. Ich bin froh darüber, dass wir das Spiel noch biegen konnten, dass wir zumindest einen Punkt mitgenommen haben und die Leistung, die wir heute gebracht haben, darauf lässt sich aufbauen. Wir waren heute nicht in 100 Prozent Top-Form, aber wir waren auch nicht wirklich irgendwo in Bereichen schlecht, wo wir sagen können, das war jetzt gar nichts. Wir können es noch besser, aber den Punkt nehmen wir gerne mit. Ja, die Jungs wollten ja, das ist immer die Voraussetzung, dass man eine Mannschaft hat, die will. Und wenn eine Mannschaft will, dann funktioniert das auch, es sind gute Charaktere in der Mannschaft. Wir sind arg gebeutelt gewesen, verletzungsbedingt, aber wir haben halt alles gemacht, was es geht, ehrlich, alles, von Arzt, Physio, Extra-Physio, alles. Ja, war eine schwierige Partie. Ich denke, Altona war am Anfang besser, in der ersten Halbzeit auch und wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen, Ende der Halbzeit waren wir dann stärker und kriegen ein ärgerliches Gegentor in der zweiten Halbzeit. Und danach hat Altona sich zurückgezogen und ich denke, wir haben klar das Spiel übernommen und wenn das Spiel noch fünf bis zehn Minuten länger gedauert hätte, hätten wir auch gewonnen. Ja, der Matchplan war einfach zu gewinnen, da anzuknöpfen, wo wir gegen Norderstedt aufgehört haben. Ja, leider ist es nachher hinten raus nicht gelungen. Ich denke, Eichitta hat vielleicht eine Chance gehabt und das war nicht mal eine richtige Chance. Nichts rausgespielt ist. Ja, machen das 1-1. Ja, zwei Punkte verschenkt, würde ich sagen. Leider Gottes. Wir wussten, es wird eine sehr, sehr schwierige Partie. Das sind jetzt drei Spiele, in denen alles passieren kann. Liga-Platz ist völlig egal, ob man jetzt Sechster wird, Erster wird oder als Zwölfter reinkommt. Es sind halt 90 Minuten plus X und da kann halt alles passieren. Wir wollen das 2-0, wir wollen aber auch kein 1-1. Und das hatten wir eigentlich auch auf dem Fuß, also Lipkes Ding, Rutschi ein bisschen auf dem rechten Fuß. Klar, wir haben zwei, drei Situationen gehabt, um das 2-3-0 zu machen und wenn man das nicht macht, dann gibt man dem Gegner wieder das Gefühl, das kommt zu können und das haben wir halt zugelassen. Genauso wie im Pokalspiel gegen Norderstedt. Wenn wir den einen oder anderen Konteraußen dominanter durchspielen beim letzten Ball, steht es 2-0 und dann kriegt kein Hahn nach. Die regional Konteraußen Vielen Dank.